Erdgas. Bus. Da. Bus wählen. Bus stehlen. Ja, dann fahr ich mal. Achso, B. Aber warum blinke ich eigentlich? Weil du blicken musst. Ja, aber da noch nicht. Doch, na klar, wenn du uns verhaltest, du reinfährst schon. Nein. Natürlich, es gibt extra Punkte. Nein, nicht jedes Mal, wenn ich vorher geblinkt habe, war doch nichts. Ja, ja, ja. Du fährst doch rein, als wäre das da irgendwie eine 90 Grad Ecke. Ja. Vorhin hat das nicht geklappt. Ja, ja. Du fährst doch rein, als wäre das 90 Grad. Ihr seid echt super lustig. Dankeschön. Schön, schön. Ring, 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 ring. Ba-da-da-fo. Bist du da? Nein. Ja, du bist hinter mir. Vorhin bist du da. Ich bin schon weggerannt. Ich kann mir das glämmerlich angucken. Ah, schön. Diesmal mache ich eine perfekte Fahrt. Bis du fährst. Hast du das? Ja. Irgendwie glaube ich nicht mehr dran. Doch, klar. Wir sind Angst. Blick da. Ja, ich sag von vorne rein, ich mach nix. Wie ist die Fahrkarte? Wie kannst du besser werden? Ja. Ja, erster Schwarzfahrer schon da. Ja, wie immer bei dir. Du fährst doch. Ja, aber du fährst mit dabei. Wie ist es als S als S als Erken? 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 Als Essen? Wie auch ich hab. Sie haben? Wie auch ich hab. Ich hab. Ja, meine perfekte Fahrt geklärt. Ey, meine perfekte Fahrt war mit Viertausende plus! Vierhunderttausend. Vierhunderttausend. Vierhunderttausend, jo! Das sind 400.000, okay. Ich mach immer, wenn ich für ne gute Fahrt hab, einfach mal 23 Millionen. Shit wärs. 23 Millionen ist ja auch egal. Oh, ich hab den Rand berührt. Oh, shit. Genau. Eine Fahrkarte. Achso, die wollen schon wieder eine Fahrkarte, ja gut. Danke, eine Fahrkarte bitte. Was ist, wenn ich den Mehrberechner? Ähm, ja, machen die nicht. Na gut. Verumperlistet, ja. Seit wann achten Leute auf ihre Farb-Tickets hier auf die Preise? Ja, es tut mir neid. Aber das mit dem scheiß Internet kennen wir. Das fühlen wir. Nein! Der will doch noch. Oh Gott. Der wechselgelt. Achso. So lange keiner schreit von dem Fahrgast, ich will hier raus, geht's noch. Hast du mal die Tür zulassen? Das wird seit langem gefahren. Nächster Halt. Sieg rein. Nah die Straße. Das ist so äußlich nach Adem. Also wenn jetzt was schief geht. Reine Straße. Ach, Luft. Hallo. Ich nehm dir mal ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Dann hast du mir Zeit zum Bremsen. Hat nicht ganz so geklappt. Doch, doch. Will ich dir mal den Gegenpark her. Solang es nur irgendwie Windows-Punkt für abruptes Bremsen ist, ist das egal. Ob doch kein Geld verlieren. Ach. Noch einen Tag, dann hab ich endlich frei. Oho. Das tut mir leid. Nächster Halt. Sieg bald. Nach. 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 Weil du ins Licht schaust. Schau nicht ins Licht! Das war nur noch auf meinem Bein, also jetzt reicht's. Sau. Ja, genau, wieder Geld, ja, herr, ihr Schwarzfahrer. Ähm, könntest du deine Brutse bitte? Danke. Ich hab ja nichts gegen Hupen, aber das ist doch ein bisschen... Ja, gut! Hier bleib ich jetzt stehen. Oh, oh, hallo, hallo ihr diesen kleinen Hupen. Darf ich mal, da hört einer laut Musik! Tuber dich um deine Arbeit! Da haben wir wieder die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist der sexuelle Belästigungspanda. Ja, eben. Oh, das war ein starkes Loch. Ich bin ja nicht umsonst der Panda. Sexuell Belästigungspanda! Alles einsteigen in den Bus zur Hölle! Ich brauche eine Fahrtkarte. So Asiatown wäre hier ganz cool. Oh, dann würde dir 21 gefallen. Ich krabsch dir mal in deine Brüste, ne? Jo. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hart. Ne, ist alles gut zu. Okay. Deine Fahrtkarte. Warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Krabsch, 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 krabsch. Krabbel. Hey, danke. Krabbeltisch. Krabbeltisch. Krabbeltisch, krabbeltisch. Krabbeltisch, oh no. Kannst du mal rückenmassieren? Okay, dreh dich nochmal ein bisschen. Dann komme ich besser dran. Warte. Warte. Okay, warte. Jetzt. Ah. So, da ein bisschen kneten. Da ein bisschen kneten. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Ihr macht mich fertig. Was machen wir denn? Wir spielen doch nur. Wir kommen, wir können ja nichts für. Wir sind so. Ja. Schön, schön. Nee, Spaß. Große ist egal. Große ist egal, ja. Das stimmt. Ich spiele auch an kleinen Dingen. Sehr gut. Bitte lass Frusche sich das Video dir gucken, bitte las Frusche sich das Video dir gucken. Bitte lass wahrscheinlich das Video gucken. Ne, ne, ich glaub das tut er sich nicht an. Stimmt auch nicht. Als ob du sich über vier Stunden das hier antust. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon bezahlt. Im Nachhinein, ich glaube nicht. Sie haben meine Fahrkarte. Belästigst du die Gäste schon wieder? Ich. Es. 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 Irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Ja. Das denken sich auch alle im Chat mittlerweile. Irgendwann reicht. Ich glaub der Chatting-Text sieht wie kann man einfach nur so kaputt sein wie wir. Seit wie lang? Fünf Stunden? Ja. Ja. Ist das Problem, wenn man den Stream zwischendlich beendet. Oh, die Hupe klingt aber geil. Ja. 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 Ja, weil wir um die Kurve gekommen sind. Ja. 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 Ja, jetzt. Oder? Ja, eine Fahrkarte. Und warum wolltest du jetzt die Hintertür haben? Weil ich nicht, dass alle vorne einsteigen wollen. Ja, da ist der erste Schwarzfahrer. Nein, ich hab wieder einen. Oh Gott. Ich wohne in der Mecklenburg. Guck mal, circa eine Stunde von der Insel, wo man fährt. Oh, da war ich noch nie. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Äh. Hoi, hoi, hoi. I'm singing in the rain. I'm singing. Halt an! Warum? Das ist mir doch egal. Hätte doch eben... Weißt du, er hätte doch eben aufsteigen können. Ich hab's gepumpte. Ja. Aber was pumpt... Was juckt mich das? Wir wollen skate um skate, ich um die pumpte. Weißt du, wenn er zu den Nil ist, um vorher auszusteigen? Wir wollen uns am Handy beschäftigen. Ja. Ja. Ich hab doch mal Mitleid. Mach mal Licht an. Ich seh nix. Mach die Augen auf. Mach da einfach Licht an. Die Augen auf. Oh, okay. Wir brauchen das Geld. Nein, brauchen wir nicht. Wann darf ich eigentlich fahren? Gleich. Sobald wir über die Brücke sind. Okay. Ich wollte doch nur den Landverkehr fahren. Den Stadtverkehr darfst du fahren. Ja, ich verfall mich immer an der einen Stelle. Das ist gemein. Meine Katze... Du hast ne Katze? Dann bist du hier richtig. Sie haben meine... Wow! Gut, dass ich noch mal nach vorne geguckt hab. Weil du weißt du, in 21 ist sogar Gronkh ein Synchronsprecher drin. Okay, ich brauch das viel. Und ein paar andere Streamer tatsächlich, beziehungsweise Streamer und YouTuber auch. Ist voll geil. Ich brauch das. Turbinator zum Beispiel ist der Autos voll geil. Oh mein Gott, das kann nur witzig sein. Das ist geil. Ich brauch das. So ein Raum, die sich dann voll labern, ich schon fand. Ich müsste mal wohin. Musgust, ich müsste mal starten. Okay. Bis gleich. Messer zu ändern. Schwieriger. Mehr habt ihr gehört dazu. Ich bin doch... Juggeräusche von Hernd midnightern zur Erfahrung. Wir essen drüber hinzu. Im Glück Platz jetzt rüber. Vergiss... Mulch, ohne Sister, die haben sich mal getйkelt. naja der 21er ist halt der neuere ist halt andere stadt ist halt ein bisschen besser habe ich ihn schon mit wie oft wie sie haben meine 21 ist viel viel mehr als die hier habe ich ihnen schon gezeigt das reicht langsam geht es weiter es reicht langsam wie oft wollen sie irgendwann auch wie oft wollen sie die den unsicher sein können wir auch bei ich habe ihn ja bitte ich habe ihn meine fahrgarten schung ich sie hat sie hat sie auf hände geht das nicht wobei auf meinem handy naja da ist das ja das ist ja das ist verstanden was schwierig mensch linke rechts an der bus haltestelle mensch extra punkte jetzt erwartet ja kannst ja vierzehn sehen wir ja nicht wiedersehen ich weiß ich weiß dafür hast du mich ja gern das stimmt ich kann mir die nase anmalen ich war oh mein gott ich weiß was ich beim nächsten subgoal mache das lachen auch ins gesicht malen das geht ja nur wahrscheinlich nie wieder ich stehe da einfach nur da macht nix ey Junge mach lauter geil wie oft wollen sie die denn noch sehen ich hab ihn meine fahrgarten schulze ich lass sie nicht ansprechen ne ist schon vorbei achso ich glaub da muss ich mir eins und sie auch holen wie gesagt Mapa du kannst wenn du willst ich kann dir das zeigen ich hab das auf steam ich mach mein küken nach ich mag mein küken nach ich mag meinen küken nach ich mag meinen küken nach ich mag meinen küken nach ja von den tattoos die doch ähm montag hat so weißt du techniker haben glasfasern hier gelegt usw wie geh ich da vor die tür mit enten und hasen usw im gesicht rumgeklebt wie hast du das erklärt er hat einfach nur blöd geguckt ja und nichts gesagt er hat mich aber die ganze zeit angestört ja gut hätt ich wahrscheinlich auch hm hm nächster halt Mensch blinke rechts an der brusatte stelle ja kannst ja viel erzählen weil der tag lang ist keiner von uns sieht das soll ich ein bisschen was machen können wir machen Mapa können wir machen hm ich bin auch sehr standard ich will das auch sehen ich will das auch sehen ich will das auch sehen mein bus ist recht hübsch ja aber du bist doch morgen schon verabredet was ist das an schritten ja machen wir es davor oder danach ja können wir ihn verkleidest du nicht verkleidest du nicht ähm ich hatte jetzt äh vorgestern hatte ich einen 24h stream und da hab ich dann immer wenn bitte alle aussteigen bitte alle aussteigen der Subgoal voll war noch das war schön war lustig also nur nochmal zur Erklärung für wegen anbahn dann nächster halb komm rechts an der bussattestelle oi hallo ja kannst ja viel erzählen ja ja warum kam eigentlich meine süße Susi nicht wieder hier wieder sehen oh oh warum steigen jetzt dann aus sind wir schon am Ende oh ja nur nicht ganz doch sind wir echt oh ja oh hm na gut aber ey guck mal gar kein Minus siehst du lag an meinem Fasti weil ich mir so müde geh guck mal dann kriegt man sogar fast 30k ja lag an meinem Fasti ja definitiv das hat trotzdem nicht funktioniert ne hm hä oh nein sag jetzt nicht wir müssen wirklich jedem einen Erdgasbus geben oi je dann hörst du arm jetzt heute das Geld haben wir nicht ne ne noch ein Erdgasbus kann ich uns nicht kaufen da fehlen uns noch das sind was für mach mal eine mach mal eine Linie pack mal so viele Haltestellen wie es geht rein am besten eine Adelfast oder so und dann Erdgasbus rein okay das heißt okay das heißt bei dem hier ja du kannst auch ja du kannst auch eine komplett neue machen ne ne mach einfach alle alle rein die gehen okay wir starten hier ich weiß nicht wie viel rein gehen deswegen ich weiß nicht wie viel rein gehen deswegen muss ich nicht alle machen ich bin da ja du kannst ja ich bin da ich bin da und ich bin da Okay. Ich warte, aber lass mal dann nicht den Erdgasbus nehmen, weil den haben wir ja fertig. Okay. Äh. Dann nehmen wir meinen ersten. Beim Eurotraktor kann ich überhin fahren, weil ich jedes Map-Aton hab. Ich glaub, ich hab alle außer das neueste. Ich hab einen. Außer Russland, aber Russland kam ja noch nicht. Du musst den Bus auswählen. Ja, ich weiß. Okay. Äh. Ja, wir nehmen den allerersten Bus. Oh nein, der ist so viel zu klein. Die Haare gut. Nee, er ist halt wirklich klein. Guck mal, im vieren Sitzplätze waren da 18 drin. 18. 18? Oh, 49. Ja, gut. Ja, gut, nehmen wir den. Ja, so. Ja, nimm den. Nimm den, wo am meisten Leute reinpassen. Hiiii. Bist du drin? Ja. Ja. Ach, sie töten wir zu? Oh, war der eine offen? Ja. Der hat nur zwei Töne, also. Oh, ich seh seine heißen blauen Haare. Ja, super. Na, kommen sie mal rein, setzen sie sich mal alle, holen sie Kaffee haben, zeigen sie mal ihr Ticket her. Ja. Hier ist die Pfanne. Ich, äh, ah. Ja. Hier, bitte. Nächster Halt, Astra Promenade. Da hört deine Musik. Sag mal. Sag mal. Gott, ich will gar nicht wissen, wie diese Strecke ist, einfach, ey. Sechs, sechs Stunden in dem Zeit erst mal fahren, oh wie. Das Schlimme ist, wenn du von, äh, bei Eurotruck von, keine Ahnung, Spanien bis sonst wohin fährst, ich glaub, bis Polen oder so, bist du einfach über 4000 Kilometer unterwegs, ähm, und fährst einfach drei Stunden realtime. Hm. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Stell mal vor, du hast einen Stream, wo du einfach drei Stunden eine Strecke fährst. Geil. Wollen wir? Ja. In Euro? Ja. Da brauchst du aber alle in uns. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. 4000 Kilometer zu kriegen. Ähm, warte mal kurz. Ich guck mal kurz. Was? Wie viel ich hab? Das können wir auch danach noch machen. Nein, das interessiert mich jetzt gerade mal. Ach man. Darf ich abkassieren wenigstens? Steh auf. Warte. Steh auf. Los, komm. Ich bin da festgefahren. Da ist euer Truck. Okay. Warte, 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 geht schnell. Schnell. Okay, ähm. Das sind alles die Dinger. Skandinavia habe ich. Viva la France habe ich. Going East habe ich. Italien habe ich. Bayon, äh, Bayon, Baltic Sea habe ich. Road to the Black Sea habe ich. Dann fehlt mir. Spanien, glaub ich, fehlt dir. Russia fehlt mir. Ja, das gibt's doch gar nicht, glaub ich. Iberia fehlt mir. Ja. Und ansonsten habe ich, glaub ich, also. Oh. Ja, Russland gibt's auch nicht. Ja, dann fehlt mir nur Iberia. Alle anderen hab ich. Und halt, äh, die Packs für die, äh, Bemalung. Mhm. Ja, gut, da hab ich auch. Aber. Ja, dann. Dann ist es tatsächlich nur Iberia. Iberia. Ja, ist spannend, glaub ich. Jo, wie teuer ist das? Äh. Oh, 17,99. Oh mein Gott. Guck. Ist das irgendwo günstiger? Ja, klar. Äh, okay, abkassieren. Sonst wird mein, meine bessere Hälfte hier. Also, was heißt, ne? Meine, meine Farb, bessere Hälfte. Nein. Seppas. Salzig. Oha. Oha. Jaaaa. Ob ich den jetzt... Ne. Ne, jetzt. Ich seh das durch den Sitz nicht. Oh. Da sitzt ein Marienkäfer auf dem Klo. Oh nein! Ein Marienkäfer! Was war das denn? Ich fass auch nicht. Offenlich kommt bald meine Hand in Stelle. Ich müsste mal wohin. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Nächster Halt. Zellermann Forschung. Da, 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 da. Oh, okay. Da, da, da. auch eine fahrkarte ja kauft ihr eine ich brauche mir das ist wieder einer der dienen will ich hätte gern ein paar fahrkarten ja da wir auch die das haben wir immer diese fahrkarten auch mal kommt doch gleich oder das war student ja komm schon war das ist ein geist oh ja war wegen der schule hatte ich auch aber nicht wegen dem thema wegen anderen themen und freist du dich so wenn du wieder fährst weil du dann weißt dass du kein unfall brauchst ich hoffe du freust dich mal ach haben wir das fenster auf mann ist so steckig hier drin augenblick ach so na klar Ja. Die Aufwohnung ist hier noch dicht. Na klar. Achso, hier. Die Aufwohnung ist hier. Was denn? Mama fragt, was das ist. Ja, löst mal einfach, Steam. Ich brauche mehrere Fahrzeuge. Einlösen, Mappa! Einlösen! Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Sobald wir aus der Stadt raus sind, darfst du wieder. Okay. Dauert ja nur noch eine halbe Stunde her. Oh, du warst gut. Aber ich sollte eine lange Strecke machen. Vielleicht funktioniert es. Oh. Oh, ähm. Ja, ich habe mich leicht verschätzt. Leicht? Oh, 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 oh. 1.017€ nicht verschätzt. Geht dies im Elbtunnel. Ah je, ah je, ah je. Huh, das war knapp. Ryan, du wirst verrückt. Vielen, vielen Dank. Okay, kannst du jetzt knücheln? Ja, viel Spaß damit, Mappa. Ja. Gerne. Kann man da gucken, wie teuer das Iberia-Ding woanders ist? Äh, bei Instant waren es glaube ich auch 16 oder 19. Boah. Das ist viel zu teuer. Ja. Ich lass mich jetzt nirgendwo anders warten. Naja, für Sonntag reicht es, was ich habe. So weit kommen wir anfangs eh nicht. Danke. Nicht bei meinem Pasi zumindest. Nicht wahr? Ja, bei MMOGA kostet es sogar 17.49€. Ja, ne danke. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Ach so, ja gleich darfst du. Ab der nächsten Halbgestelle. Wieeeeee. Hehehehehe. MMOBILE! Get in touch! Who? Bird! Diese Fahrstuhlmusik da im Menü, weißt du? Oh. Oh. 1400. Oh. 1400. Hei, du witzig. Nein. Oh je. Hei, du witzig. Ja. Ich bin ausgepackt. Du wurdest ausgepackt? Warum hab ich das nicht gesehen? Ich wurde rausgebackt, nicht ausgepackt. Schade. Guck mal, ich überstehend hier stehe. Hoi, hoi. Alter, du kleines... Alter, voll honk hier. Ähm, ähm, warte auf mich! Warte! Oh, was? Ich bin schon wieder rausgebackt. Ich kaufe meine Anrufe. Ich glaub, das geht nicht. Kann sein, dass du deren Fahrkante schon überprüft hast? Nein. Oh Gott, da ist Paul. Danke. Danke. Hier sind so voll viele. Was ist hier los? Ich glaub, wir sind bis dahinten durch, ne? Nee. Ist alles andere gewesen. So viele Leute haben hier drin. Ah, schön. Huuuuuuulch! sehr pünktlich danke naja jetzt bist du dann gott ich habe ich habe ihn sehr happy ob sie ich habe ich ihnen schon gezeigt oh hallo hi hi ach so ist deine asiatik wieder da ne leider nicht darf ich doch da oh mein gott haben vom fest ist ja eigentlich immer so komisch ein schritt es reicht langsam ich wollte schon öfter hier sein wenn ich zeit habe würde mich freuen würde mich sehr sehr freuen wie gesagt sonntag spielen wir halt ganz ganz viele simulatoren da haben wir uns schon seelisch alle drauf vorbereitet ein passagier muss auch sagen halt an los anhalten und komm hier nie wieder nie wieder okay ich wandern okay ich wandern komm jetzt warte ich will mir mein neues auto klauen fahr ich jetzt nicht weiter tschüss ja fahr ich strecke jetzt alleine zu Ende okay bis später das macht sie jetzt ernsthaft das macht sie jetzt ernsthaft das macht sie jetzt ernsthaft okay ich habe keine karte oder doch da warte da kann ich dir irgendwie nicht nur frauen nicht nur frauen gibt ja auch paar männliche exemplar hat scheiße komm hier nicht rüber kommst du jetzt mal irgendwie wieder zurück oder hältst du mal an nein ja ich halte an an der bus an der stelle dein ernst nein ich warte ich weiß gar nicht wo du bist du denn irgendwo hier in der warte die energie da muss die straße und da kommt Wasser und da muss man die brücke ja ich dachte ich komm hier vielleicht rüber ich weiß nicht, ich komm da tatsächlich nicht rüber oh ey du musst ein wandern es war einmal ein wandersmann wandersmann soll ich dich auf dem rückweg mitnehmen? nein ich würde gerne zwischendurch auch mal wieder irgendwie was anderes tut jetzt nicht mal nacheilaufen du kannst mir schon mal entgegenkommen ich muss jetzt eh mein Dingschen langfahren ja toll also ich fahr jetzt ne Weile auf dem selben Fleck gefühlt hast du Zeit aufzuholen ja toll ja toll ja toll ja was rennst du auf Brücke und sagst du dieses Wandern ich dachte dir, dass du mich eigentlich einhalten würdest an der nächsten letzten Stelle jetzt kommt er jetzt erst oder vor der Brücke besser gesagt einfach rausgesetzt ja 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 wann bist du morgen aufsteht zur Arbeit? ja 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 Ah, schön. Ich hab schon lahme Beine. Walking Simulator. Gar nicht und angerufen werden vom Kunden. Ich muss halt auch nicht aufstehen. Das einzige was ich morgen machen muss ist Buchhaltung. Das ist halt wirklich das einzige. Wo lungert sie rum? Seh ich nicht. Doch da! Alter, wie soll ich bis dahin ankommen? Hier gibt's doch niemanden Fußweg. Alter, du bist 0,2 Kilometer von mir entfernt. Oh, bis dahin... Oh, wo führt der Weg denn hin? Ich würde dich da treffen. Wenn du da wartest. Was passiert, wenn du den Bus zurücksetzt? Ja. Dann setzt sich der Bus nur da zurück, wo Ryan gerade ist. Es kommt leider nicht zu mir zurück. Also Ryan, wenn du gleich bei der nächsten Wegung warten würdest. Ich steh doch hier schon! Dann kann ich über den Felsweg zu dir kommen. Ich glaub das geht gar nicht. Ich mach hier grad einen Stau. Also laut Map geht das. Ja, das kann aber auch ein Zaun sein, den du nicht siehst. Nein, das kann nicht sein. Doch! Das ist ein Zaun. Aber ich weiß... Das war eigentlich schon. Oder? Ah, ne! Ne, ich komm raus. Ich seh dich! Oh mein Gott, ich seh dich! Ah, ne, das wirst du gar nicht. Das ist die andere Linie. Jetzt seh ich dich! Ich seh hier auf... Ich seh hier auf... Ich seh hier auf dem Bürgersteig. Ah ja, jetzt. Das war die andere Linie. Ach, stimmt. Was passiert, wenn ich mit der anderen Linie fahre? Äh, dann fährst du mit der anderen Linie. Ryan, ich denk recht. Jetzt wär's assi, wenn sie einfach weiterfahren würden. Ne, wollte ich nicht. Das wär jetzt... Warte aber, gleich bin ich da und dann fährst du. Hohoi! Reingekommen! Haha! So. Wir haben meine Fahrkarte schon. Na, wo hab ich denn? Hab ich ihn schon? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen? Ich hab ihre Fahrkarte nicht kontrolliert, weil ich gar nicht da war. Ja, noch mal ein schwarzerer Mal. Wie oft wollen Sie, Sie haben meine Fahrkarte? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte... Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte... Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte... Kann doch gar nicht sein. Guck mal, wie frei der Bus ist. Ist doch noch voll leer. Wird schon mal voller... 100 km laufen, ein Kaffee reicht. Nee. Ich würde mich auch gerne hinsetzen. Ich hab keinen Bock zu stehen. Ich bin die ganze Zeit gerannt. Geht das ja auch mal schneller in dem Schleichbus hier? Ja. Was soll ich machen? Ich hab vorbeifahrt. Ich hab doch erstmal eine Woche auf dich gewartet. Eine Woche? Ja. Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Das war so ein schöner Tag im Schwimmer. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. 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 Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, darf ich gucken? Nein. Machen sie die Hose auf? Was? Ja, okay. Ich gehe ja wieder auf meinen Platz. Gibt es ja auch Tabuthemen? Äh, ja. Gibt es tatsächlich. Und zwar Politik und Corona. Das sind beides Tabuthemen. Weil wir ja hier Spaß haben wollen. Und ja. Aber lieb, dass du fragst. Spaß. Nee, aber das sind die bisher die einzigen Themen. Die halt wirklich komplett Tabu sind. Weil es halt auch einfach zu viele verschiedene Meinungen gibt. Zu viele Streitthemen. Und ja. Deswegen. Äh. Nö. Reicht, dass die Medien das alles breit treten. Das dann. Müssen wir das hier neben dem Stream auch nochmal. Wollen wir über Corona-Politik reden. Ach, so ein Mist aber auch. Ja, scheiße. Aber müssen wir privat drüber reden. Wir kriegen in der Ukraine das auch Tabu. Ja gut, das habe ich jetzt zur Politik mit reingezählt. Aber ja. Ukraine ist auch. Auch Tabu. Wie gesagt, das hätte ich jetzt halt wirklich in der Politik mit reingepackt. Aber danke. Das ist doch Parabéns Mapper. So, wann geht es denn mal weiter? Dann steigt was wieder. Oh, mein Schatz ist jetzt. Haben wir jetzt mal die Leute abkaskiert? Weißt du, da sagt sie dir erst mal Wandern gehen, heute ne Woche. Ich wurde ausgesetzt, ja. Ich muss wandern gehen. Das haben alle gehört. Okay. Machen wir uns was. Du musst erst mal Wandern gehen. Also zählen wir erst in Liebe und sowas. Okay, ja. Sowas ist in Ordnung. Was ist dieses Liebe? Kann man das essen? Na gut, bei mir wäre es jetzt etwas blöd, wenn ich nein sage, weil mein Verlobter oben über mir liegt und schläft. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Filmen? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Habe ich mal eine bei euch so. Gott. Das war meine erste Liebe. Das muss ich tatsächlich mal überlegen. Also die erste richtige, die erste Liebe, nicht dieses Kindergarten-Ding. Weil dann wäre es natürlich in der dritten Klasse gewesen. Nee. Äh. Erste Liebe. Ich muss echt überlegen. Ich glaube 2011. 2011, 2012. Nee, 2010. 2010. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Was? Busfahren macht echt total Spaß. 2010. Ich gehe noch zur Schule. In die... Achte? Da war die Achte halt. Ja. 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 Wie gesagt, ich gehe ja auch in die Achte Klasse. Beziehungs. Der doch. Achte kam. Oder siebte kam in die Achte. Du bist so alt, ey. Nein. Wie war das noch? Du bist älter als ich? Ja. Wie war... Wie lange sind wir noch mal auseinander? Ein Jahr. Ach, das geht ja. Ja. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ja. 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 Das ist schön. Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Nein. Überhaupt nicht. Wobei ich mir tatsächlich sagen muss, bisher Leute in meinem Alter konnte ich so wirklich bisher nicht ab. Du wurdest geblitzt. Ja. Naja. Du wurdest geblitzt. Schwer du dich mal noch mit deinem Fußgänger überfahren an der Wand. Du wurdest gerade geblitzt. Du wurdest gerade geblitzt. Du wurdest gerade geblitzt. Ja, stimmt. Deine Geschichte kenne ich. Deine Geschichte kenne ich. Weiß gar nicht. Wie meine ich's? Nee, bei der Geschichte der ersten Lieber habe ich doch einmal hab ich's erzählt. Oh, bin ich wieder dran? Willst du? Hi Süße. Ne? Ja. Du, hier hat jemand was verloren. Eine Fahrkarte bitte. Jawohl, Sir. Willst du mir wirklich das Steuer überlassen? Hallo. Wie du möchtest. Kann auch weiterfahren. Nö, nö. Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Was heißt? Ich dachte, du kommst in die zweite Tür. Die brauchst du. Ne, die hab ich gerade erst zugemacht. Oh nein. Ich hab hier. Ja, ich hab hier. Ja, Schwarzfahrer schon sehr toll. Weißt du, du kontrollierst nichts, weil wir sofort werden Schwarzfahrer. Du hast, du hast den Passagier verloren, der die Wertsachen... Aha. So viel Sekundenfreundlichkeit hier. Wer, wer hat die Presse? Sie. Ah, diese Presse. Oh. Stell dir hinten. Deine, deine tolle asiatische Freundin wieder, ey. Okay. Warst du ja nur, weil sie aus dem anderen Land kommt? Noch einen Tag, dann hab ich endlich feiert. Was? Was? Ich hab recht zugehört. Nur weil sie aus dem anderen Land kommt? Nee, aber die hat sie gerade lauter Musik gehört. Ja, darf sie halt. Ich hab sie erlaubt. Nee, darf sie nicht. Ich hab sie erlaubt. Das hilft nicht. Darf ich ja... Ah, nee. Dann komm ich ja wieder auf den Kreise. Warum krieg ich immer die Sonntagsfahrer? Äh, wenn du am Steuer sitzt. Ich hab dann aufs Handy geguckt. Was hast du... Ja. Lässt du mich wieder fahren? Nein. Ich muss mir gleich noch ein Bierchen holen. Oh Gott, doch. Dann fahr ich wieder. Wenn du jetzt anfängst hier zu trinken, dann fahr ich. Oh mein Gott, was... Alter, der hat sich jemand von mir abgeguckt. Hi. Ähm. Du fährst auch so, ja. Ja. Du fahr doch mal weiter. Du kommst doch dann vorbei. Hi, Gustav. Verderbnisstrick ist auch geil. Ey, du hast ja keinen... Du hast die Leute da nicht eingesackt, Junge. Ja. Du hattest dir echt mal die Aussicht am Haken mal sehen. Ich hab ihn mal... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon. Ich bin schon gezeigt. Lässtall. Haltkorn. 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 Das ist schön, ey. Oh. Ich hab ein Haltestell aufs Glas. Ich hab mich wieder gefahren. Ähm. Du bist mit Männchen. Und Autos. Lässt du mich mit dem Dorf fahren? Ich bin jetzt auf Geld. Ich hab mir verdient. Äh. Ich schaff's nie und ein Leben zu meinem Termin. Lisse. ich will lassen das nicht fahren loskommt 4 5 6 7 8 9 10 gleich darfst du wieder sie haben meine fahrkarte schon gesehen wenn ich gleich aus klo muss das ist schön wie war es doch eine busfahrt für sich eine busfahrt viel schön hoch ich werde ja immer das immer na gut dauert er noch davon fett wie du bist wieso ich mach doch gar nichts hey sexy lady ich war mal Mama, bitte komme ich hier auf, ich habe Angst. Dann muss ich auch nicht mehr helfen. Du bist so dumm. Ja. Oh, oh. Ich wollte den letzten Geil. Party. Party hot. Party hot. Ich freue mich, dass sie so glücklich sind. Oh Gott, das erinnert mich an vorhin, ey. Just dance. Just dance. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Ich bin froh, dass ich gleich pinkeln muss. Oh, was ist mit deinem Bauch? Bist du schwanger? Willst du nicht mich unterhalten, dann fahre ich weiter. Das ist meine Haltestelle. Oh Gott. Da muss jemand aussteigen. Bist mir, Puppe. Hättest du vorher aussteigen können. Ich mach die Tür auf. In Mechtenleben hält auch keiner an. Über die Tür auf. In Mechtenleben. Sie haben meine Fahrkarte schon. Was? Ja, dann bitte. Hier. Schau raus. Tschüss. Und jetzt einfach umfahren. Ja. Nein, bitte nicht. Hier, diese Pfoten sind rollig. Was? Oh, ja. Was? Nein. Oh, ja. Ach, schön. Mumeln, mumeln mumeln, mumeln. Irgendwann krieg ich das… Mumeln 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 mummeln. Mumeln! Statt mummeln. Geil! Entwo ist schon wieder geblitzt, ne? Ich weiß! Goethe, gut, oder? Würdest du abbiegen? Nä! Dann musst du gleich abbiegen! Aber, hä? Bei mir wird immer geradeaus angezeigt! Hä? Alter, das ist nicht dein Ersten. Hä? Was ist denn das so ein scheiß Boardcomputer bei mir? Da muss ich das abbiegen. Bei mir steht, ich muss gerade auch fahren. Nein. Weil die eine Stelle auf dieser Strecke ist. Also geradeaus direkt. Hä? Okay. Sie gibt gar keinen Sinn. Hä? 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 Das ist grün. Was ist grün? Was ist grün? Was ist grün? Äh. Langruheig. Ja, Thaar, jetzt muss man nicht grün werden. Ja, doch. Hä? Hä?ääh. Hä? Ääh. 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 Sexy Lady. Huh. Ha. Noch ein Blizzerfoto. Natürlich ist man schokoladenseitig drauf. Oh Gott, wie viele wurden da einsteigt. Hi. Oh, wunderschöne Lippenmeister. Also, wenn ich gleich deine Bubis berühre, ne, dann... okay. Die beiden reden nicht mehr mit mir. Die beiden sind stumm. Ein paar sollten jetzt den Leuten einfach nicht sagen, die einen. Na klar. Wieso? Kann ich nicht mitnehmen? Wieso? 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 Will ich hier mal wieder fahren? Ach. Ja, gleich. Auch hier. Ich will... Geh in der Stadt, willst du fahren? Warte langsamer! Aufpassen! Die Torsten. Ich hab's auch gemacht. Was war denn? Warte, ich bitte fahren. Ja, gleich. Ich hab schon so Geld weggeführt. Ich will auch fahren. Du willst nur das Geld retten. Ja, das auch. Oh. Toll, ich sag's doch! Wo ist eigentlich die Tempoanzeige? Äh, die steht auf den Schildern, die ich nicht lese. Äh, Tempoanzeige ist ganz, ganz knapp da, wie schnell sie fährt hinter ihrer Cam. Man sieht nur noch Kilometer pro Stunde. Achso. Ihr könnt das auch. Ja, du darfst wieder fahren. Ich muss mal kurz Lulu machen. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Ciao, ciao. Okay, Ryan unterhält euch erstmal kurz weiter. Weatha! 段 Weini. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Wir sehen uns jeden Mal. ихольно. Bis zum nächsten Mal.